Der Begriff der Renaissance entstammt im Französischen und bedeutet Wiedergeburt und Wiederaufblühen. Gemeint ist damit im Gegensatz zur Malerei des Mittelalters eine Rückbesinnung auf das Schönheitsideal der Spätantike. Im Mittelalter stellt sich der Künstler ganz in den Dienst des göttlichen Willens. Die Künstler der Renaissance dagegen sind von einem neuen, einem selbstbewussten und eigenständigen Geist ergriffen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Und wie das die Inhalte entsprechen den Vorgaben der愛 im Koen des Lebens. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Schulunterricht und der Exk Base in derrite Erwerbe. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der Auffassung durch den Vorgaben der geistet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der R Buzz規制.